Vor gut einem Jahr habe ich euch eine Alarmanlage aus dem Hause Blaupunkt vorgestellt. Das Ganze stieß auf großes Interesse und das nehme ich mir mal als Anlass, euch das neueste System des Herstellers zu zeigen. Es handelt sich um den sogenannten Smart Home Alarm Q3200, hier im Kit mit ein wenig Zubehör. Was alles dabei ist und was die Alarmanlage zu bieten hat, erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Es handelt sich um eine Art Starter-Kit, sprich es ist alles dabei, um die Anlage in eurem Haus oder eurer Wohnung betreiben zu können. Weitere Sensoren, Kameras und sonstige Erweiterungen sind natürlich optional erhältlich, bis zu 40 Stück lassen sich an die Zentrale anschließen. Machen wir die Verpackung mal auf. Als erstes kommt uns hier die Anleitung entgegen, gefolgt von zwei Aufklebern zur Einbrecherabschreckung und einem Blättchen mit Hinweisen zur Ersteinrichtung. Jetzt wird es interessant, denn als nächstes haben wir hier die Alarmzentrale, eine kleine Fernbedienung inklusive Batterie und einen Tür- bzw. Fenstersensor inklusive Montagematerial. Eine Ebene darunter gibt es dann noch eine Kamera mit Bewegungsmelder, ein LAN-Kabel, Befestigungsmaterial, also Dübel und Schrauben und zu guter Letzt natürlich noch ein Netzteil zur Stromversorgung der Alarmzentrale, welches auch den integrierten Akku auflädt, damit die Anlage z.B. bei einem Stromausfall problemlos funktioniert. Die Inbetriebnahme ist super einfach, alles steht hier auch Schritt für Schritt auf dem eben gezeigten Zettel. Die Zentrale muss in der Nähe eures Routers oder aber einer mit dem Router verwundenen LAN-Dose aufgestellt werden, denn die gesamte Kommunikation geschieht über das Netzwerk. Der Vorteil ist dabei schon mal, dass keine SIM-Karte benötigt wird und somit auch keine weiteren Kosten für Anrufe bzw. SMS anfallen. Das Design der Alarmzentrale ist recht schlicht und erinnert ein wenig an einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher. Neben einem Strom- sowie LAN-Anschluss, einem Schalter zum Aktivieren des internen Akkus und einer kleinen Taste zum Anleeren neuer Sensoren gibt es nur noch drei LEDs, die Auskunft über eventuelle Fehler und den aktuellen Status geben. Weitere Möglichkeiten zur Bedienung sind erstmal nicht vorhanden, hierfür gibt es nämlich im Groben zwei Möglichkeiten, entweder über einen Web-Client, also einfach per Browser, oder aber über eine App, die für iOS und Android kostenlos erhältlich ist. Bei beiden Varianten lassen sich Einstellungen tätigen, Benachrichtigungsoptionen festlegen, das Ereignisprotokoll inklusive übermittelter Bilder der Kamera einsehen und noch einiges mehr. Natürlich kann man von hier auch die Anlage scharf stellen bzw. entschärfen oder man nutzt die beiliegende Fernbedienung dafür. Das Web-Interface bietet noch ein paar mehr Möglichkeiten als die App, so kann man ganz detailliert das Verhalten der Alarmanlage konfigurieren, z.B. die Dauer des Alarms, Eingangs- bzw. Ausgangs-Countdowns und so weiter. Diese Web-Oberfläche lässt sich übrigens auch mobil aufrufen, also z.B. von einem Tablet-PC, hierfür muss man also nicht immer an einen PC oder Mac gehen. Alle Sensoren sind mit Sabotagekontakten ausgestattet, wenn also ein Einbrecher versucht, einen Sensor abzunehmen oder ähnliches, wird sofort Alarm geschlagen. Apropos Alarm, dieser ist 96 Dezibel laut und macht daher natürlich ordentlich Krach, das sollte man auf jeden Fall deutlich hören, egal ob ihr selbst oder ein eventueller Einbrecher. Soviel erstmal zum Hauptzweck der Alarmanlage, Blaupunkt hat hier aber auch noch ein Smart-Home-System integriert. Dank Zubehör, wie Funk-Zwischensteckern, könnt ihr dann per App z.B. euer Licht steuern oder auch andere Geräte an- bzw. ausschalten. Über verschiedene Szenarien, die man selbst erstellen kann, lassen sich dann auch Vorgänger automatisieren, sodass sich das Licht z.B. einschaltet, wenn ihr zur Tür reinkommt. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, weil es super viele Möglichkeiten bietet. Diese Funk-Zwischenstecker sind sehr bald erhältlich, bzw. je nachdem, wann ihr das Video schaut, vielleicht schon auf dem Markt. Entsprechende Links sind dann in der Videobeschreibung. Neben Sensoren zur Einbrechererkennung könnt ihr die Anlage aber auch mit Rauchmeldern oder Wassersensoren koppeln, sodass man mit der Q3200 ein verdammt gutes Gesamtpaket auf die Beine stellen kann. Ein wenig Kritik muss natürlich auch sein und die zielt hierbei auf die Software. Von den Möglichkeiten und Optionen her ist das alles in Ordnung, allerdings ist das Ganze noch nicht so ausgereift. Beim Webinterface treten ab und zu grundlos Systemfehler auf oder manche Anzeigen sind verbuggt. Die App z.B. stürzt manchmal ab und also Kleinigkeiten. Versteht mich nicht falsch, das sind keine unglaublich gravierenden Sachen, die die Nutzung der Alarmanlage großartig einschränken, aber es ist nun mal einfach nervig. Blaupunkt hat allerdings bereits diverse Software-Updates für diese Anlage angekündigt, sodass dieser Kritikpunkt in naher Zukunft behoben sein sollte. Abschließend zusammengefasst bietet das Blaupunkt Q3200 Alarmsystem wirklich viele Funktionen und Möglichkeiten, um euer Haus bzw. eure Wohnung zu schützen und durch Smart Home auch noch einige Spielereien. In meinem Testzeitraum hat die Anlage sehr zuverlässig gearbeitet und immer sofort ausgelöst, wenn sie es sollte, also wenn ich z.B. einen Sensor betätigt habe. Einen Fehlalarm gab es hingegen nie. Ich bin daher ziemlich zufrieden, sobald die Software noch etwas optimiert wurde, sind wir hier echt nah an der Perfektion einer modernen Alarmanlage. Das Starter-Kit ist laut Hersteller zu einem Preis von 499 Euro erhältlich, die Links sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut Leute, ciao!